Jetzt Princes Peach, once again, Bowsers only clue is Mario's only clue to where Bowser is, that he is somewhere in the G-Mod, ah, du scheiße. Game 2 are raging. Ich bin noch verwirrt von irgendwelchen Knacklusten. Okay, also Mafi spielt Mario, ich spielt Luigi. Genau. Und, ja, dann leg mal los jetzt hier, komm. Gut, dann fangen wir mal an. Ja, also von der Latenz her geht das wirklich einwandfrei gerade. Ja, ich hab so ein bisschen, naja, dann mal schauen. Etwas öfter sterben als gewohnt. Das ist ja bei Mario gerade mit Gate auch ein bisschen peinlich, dass ich andauernd sterbe. Aber manchmal hast du echt so ein bisschen durch die Latenz, die du drin hast, ist das so ungewohnt zu spielen. Man gewöhnt sich mit der Zeit so dran, aber es ist halt doch immer noch ein bisschen anders als... So, jetzt muss ich mal ganz kurz auf Escape drücken. Warum das denn? Weil der Sound schon sich wieder verstellt hat. Das regt mich ein bisschen auf. Wie der Sound hat sich verstellt? So. So, jetzt müsste es weitergehen bei dir, ne? Ja, ja. Hast du leiser gemacht jetzt? Ja, ich hab leiser gemacht. Das stand wieder auf 100%. Ich hab's aber auf 80 eigentlich runtergedreht, damit man nicht besser hören kann. Achso, okay. Aber sieht der ist schon echt nice gemacht, der Hack, ne? Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Wollen wir, wollen wir, soweit wie es geht, alle, also 100% machen, alle Exits? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Wir müssen aber gucken, wie das mit Safestate ist. Noch geht's ja, aber der Hack wird noch relativ schwierig, meine ich. Ich hab die Safestate-Klöpfe bei mir deaktiviert, das ist also ungefähr. Und da fall ich schon wieder direkt rein. Man muss ja nicht alle zwei Meter einmachen oder mal so zwischendurch ein oder so. Ja. Jetzt bin ich dran, jetzt hab ich mein Glück beweisen hier gleich. Genau. Ich mag die SMW, äh, Super Mario Bros. 3 Grafiken übrigens. Die sind toll, ich finde auch die Oberworld sehr schön. Die wird noch richtig gut, die Oberworld. Ja. Du wirst ja alles gleich noch sehen. Jetzt ist was zu lachen. Davon kannst du stark ausgehen. Das war die Kraft, das war die Kraft der Knacken. Ins Maul. Also wenn die Leute, die jetzt nicht wissen, warum ich Undound so abgebild ist. Ich sage ja, ich muss mich da erst dann gewöhnen, ey. Das ist ganz ungewohnt mit dieser kleinen Latenz, ey. Mach du das mal hier, ich komm da schon noch rein hier, du. Ich hab ja auch eigentlich ein bisschen Probleme damit jetzt, dass da so eine kleine Latenz drin ist, aber... Ich muss auch echt sagen, ich bin echt eingerostet. In Mario. Weil ich hab echt lange nicht mehr gespielt. Das ist seit langer, langer Zeit mal wieder ein SMW-Hack, den ich spiele. Wie gesagt, ich spiele jetzt gerade das Bomber-Arribl das Original nochmal durch. Und jetzt gerade das hier noch und dann kommen die VIPs. Also VIP 2 bis VIP 5 im 1. Und dann lad ich ja immer neu hoch. Ja. Und da könnt ihr euch auch übrigens drüber freuen, da werde ich bestimmt auch schon wieder mal co-moderieren. Zwar nicht mitspielen, aber immerhin mal co-moderieren. Naja doch, das mit dem Mitspiel könnte man sogar mal machen. Das wär eigentlich fast recht, warum machen wir das nicht einfach? Kann man ab und an mal sogar machen. Da muss man halt aber kein Z-Sit haben, sondern einen richtigen Speicherpunkt vom Spiel aus, so nach einem Schloss oder sowas. Und dann einfach, dass ich die Datei nach ZS-NES 142 exportieren und zwei Spieler auswählen. Und dann kann man das mal machen. Ja. Also das würde mit ein paar Kniffs auch gehen. Wie du es einfach mal rulest. Wie du es einfach rulest. Du hast kein bisschen Latenz, oder? Ich hab Latenz. Ich hab dieselbe Latenz wie du. Da gewöhnst du dich aber sehr schnell daran, ey. Da gewöhnst du dich extrem schnell daran. Ich kann mich schnell an Spiele und Spielsteuerung gewöhnen. Oh, jetzt kommt ein Scrolling-Level. Oh, und jetzt kommt ein Secret-Exit sogar. Ja, das... Ups, das wollte ich nicht. Das Secret-Exit weiß ich sogar noch. So circa. Circa? Ja. Oh. The BG, it is the only one just for me. Da 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 da. Hint 2 of 20. Ja, mein Hint schon übersehen. In Level 10 Auto-Scroll, it is important to take your time, so that you don't miss any secrets, yeah. Oh, das heißt, du fällst bitte nicht in jedes Loch in der Hoffnung, dass da ein Secret unten ist, ne? Ja, zumindest ist es noch nicht. Gut. Schubidubidubidubidubidubidubi... Ich... warum sag ich's eigentlich? Ich krieg's nur, halt dich einfach in die Klappe, ganz ehrlich. Gimm's doch. Ich hab wenigstens noch mal ne Feuerblume, das ist schön, das ist toll. Ich... ich fühle mich gemobbt. Ich fühle mich gemobbt. Wieso fühlst du dich gemobbt? Weil, das ist jetzt nun mal so. Gar nicht cool, ey. Wow, scheiße, das ist ja so ne Plattform. Super, komm, hol die Mitte. Ach, gut. Schubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubi... Das ist schön, das ist toll. Ich mag ja... Ich muss auf jeden Fall gleich den unteren Mikkel angehen, dann ist unten irgendwie so ne Röhre versteckt. Wenn das jetzt sogar hier schon war, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Was? Ähm... Naaahhh... 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 So muss das. So muss das. Ficken, ey. Ich muss dir ja unbedingt die Klappe so aufreißen. Ja. Spiele ich die Musik einfach... Ja, scheiß Latenz, Mann. Das ist gar nicht lustig. Latenz. Ich glaube, das wird der Videotitel vom ersten Part. Latenz! Knackwürste und Latenz. Ja, letzte ist von Mario Omega Teil 1. Knackwürste und Latenz. Das mache ich. Ich glaube, das mache ich. Wie der einfach mal durchs Ziel geht. Na toll, jetzt darf ich das Secret Exit suchen. Ja. Oh, ey. Weißt du, ich würde jetzt sagen, ich hätte sich Glück geschlossen. Zum ersten Mal ein Level abgeschlossen. Aber ich meine, die Hälfte habe ich ja schon. Ja, komm, leck mich. Weißt du? So, dann mache ich mal hier jetzt weiter. Das wird sehr amüsant jetzt. Was für Teilen willst du das eigentlich hochladen? 15, 30 Minuten? Da habe ich doch gedacht, 20 Minuten jeweils. Ja, das ist gut. Das ist eine gute Zeit, finde ich. Ich will es nicht zu haben. Also höchstens eine halbe Stunde, aber das ist eher unwahrscheinlich. Ja, man muss ja hier nicht in HD oder so ein Schrott. Ja, aber HD bei einem 16-Bit-Spiel. 360p reicht. Weißt du? Ja, ja. Gehen wir nach unten. Aber YouTube unterstützt nicht mehr 60p, nur noch 50. Wie? Hä? YouTube unterstützt nicht 60 Frames. Ach, ach so. Na super. Ja, du musst da unten lang, du musst da unten lang, glaube ich. Versuch. Okay, jetzt ist es zu spät. Was? Wo? Hier lang? Ich weiß es nicht. Hier doch da unten. Ich glaube, ja, ja, hier. Doch, hier, genau. Genau, hier war das. Ja. Oh, komm! Maffi! Oh! Scheiß Latenz, Mann! Maffi! Was machst du? Sorry. Sag mal. Jetzt. Kann ich das jetzt überhaupt noch erreichen? Nee, ne? Nein. Oh, Maffi! Was machst du denn? Ja, du darfst das Latenz nochmal durchspielen. Na super. Du musst jetzt erst nochmal jetzt durchspielen, damit du wieder... Also, okay, das nächste Mal beim C-Podexen suchen, äh, äh, nicht, äh, den eulen, äh, Ding da einsammeln. Jo. Ach, ich habe jetzt total vergessen, wegen dem SMB3, äh, Super Mario Bros. 3 Grafik, nachdem ich das Spinjab habe. Habe ich ganz vergessen gerade. Aber der Rest ist damit auch nicht mal wirklich schwer jetzt hier. Nee, eigentlich nicht. Da, 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 da. Aber bei meinem Können würde ich mal sagen, dass ich sowieso wieder failen werde. Aber es kam mir doch schon das Ziel sogar, ne? Ich glaube, es war sogar schon hier. Ja. 24! Yes! Ey! So, und jetzt sagst du doch mal vorgib. 7 ist größer als 3! Was? Ich sagte 7 ist größer als 3 Echt? Wow Super, jetzt haben wir schon 2 mal durchgespielt Komm ey, ich überlasse dir das da Na super, danke! Danke für das in dich gesetzte Vertrauen 4, und endlich kein Scrolling Kack, Arschkack mehr Weißt du was jetzt noch fehlen würde? Deine Mutter kommt rein und wir darfst wieder Kartoffelsalat probieren Meine Mutter ist jetzt gar nicht da Ja, die besucht nämlich gerade meine Schwester im Krankenhaus Wie geht's ihr eigentlich, wenn ich mal fragen darf Bei der Schwester geht's den Umständen entsprechend gut Die OP gut überstanden Okay, sie kann doch laufen hoffentlich Laufen kann sie doch nicht, nein Aber sie könnte jetzt schon ein bisschen aufstehen und alles Und ähm, ja Wie hat die das überhaupt hingekriegt? Sie ist an der Treppe gestürzt, hat sich das Kreuzball angerissen Und über in der äh In der, wie heißt die Knieschneibe da Okay, Hint 3 of 20 Okay All bricks that are not animated can be picked up and thrown Okay Ach, guck mal unten ist Ha Ich hab ein Secret gefunden Yes Ja Das Lied kommt mir bekannt vor Ich kenn's auch irgendwoher, aber frage mich bitte nicht aus welchem Spiel oder sowas Dann müssen wir gleich noch ein Leben geben Ja, da ist es So, jetzt muss ich sterben So Das wäre auch schon ein Epic Fail in einem Bonusraum zu sterben irgendwie Epic Fail vor allem Was? Du hast Fail gesagt, nicht Fail Epic Fail gesagt Du hast Fail gesagt Ich hab Fail gesagt Wir fragen die Zuschauer, hat der Fail oder Fail gesagt? Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal In dem Level komm ich wieder viel besser klar als dem anderen, ey Das spiel ich richtig gut Nein, nein So, ich riske jetzt aber nicht runter zu gehen, ey Komm da unten mal Huh Ja, stirb Nein Ich hab sogar noch alle Yoshi-Coins gekriegt Also alle A-Coins in dem Fall So Endlich mal hab ich was gut gemacht heute Endlich Das erste Mal heute Applaus Dafür hat Freaky wirklich einen Applaus entdeckt Ja, das stimmt allerdings Oh guck mal, geht schon zum Schloss Da 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 Dieses Level geht mir gar nicht auf den Sack Dir nicht Mir schon Das ist herrlich Hier aber jetzt zu Also beim Midwaypoint da unten lang gehen So Okay Gehen aber nicht durch den Midwaypoint da Ne, nicht durch den Midwaypoint durchgehen Beim Midwaypoint unten lang gehen Das war glaub ich jetzt hier Ne, war's doch nicht Hilfe Geh doch hier Hier, hier war das Da 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 Schubbibidu Schubbidubidubidu Oh Okay, gut Muffin mach jetzt keinen Mist Das ist jetzt nicht schwer da rein zu gehen Ha 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 Na super Ja, aber es ist nicht so scheiß damit runterfallen Ach komm Muffin Ach komm, Muffin Ach komm, nein Jetzt sag Ja, geh mal da unten lang Vielleicht ist da der Ziegelt oder so Ja, guck mal Musstest du sogar lang gehen Geh mal da unten lang da Jetzt haben wir den Schlüssel schon mal Das ist doch schon mal was Geh nicht da unten lang Geh raus da Wir schwimmen weiter Diese Strömung Mach's doch ruhig Ha 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 Muffin Hahaha Diese Strömung macht sich unbedingt einfach einfacher Und ich hab den gelben Schalterpalast gefunden Pie ich geh dann schon mal ins Schloss Tschüss Okay Oh, keine Intro Sequenz Schade Es gibt in dem Heck auch leider keine Custom Bosse Oh, schade Aber super geiles Level Design Also ich seh's auf jeden Fall, schau mal, der hat sich der Ersteller richtig gemüht. War es nur einer oder? Der hat ja Higsby, der ist sein allererster Raumwerk und der hat insgesamt drei Jahre dran gearbeitet. Man sieht's. Hat den glaube ich, hat jedes Level tausend Millionen Mal neu überarbeitet, um es halt immer besser zu machen. Und ja. Mittlerweile kommst du mit der Latenz auch ein ganz gutes Ding an. Naja, ich brauch immer so ein bisschen, um mich da dran zu gewöhnen, aber dann geht's nachher auch. Not Rise. Ich liebe es. Ich liebe dieses Original-Karten-Z. Das war eins meiner ersten Klavier-Lieder von der Videospiel-Reihe, was ich auf dem Klavier spielen konnte. So. Wow, das war knapp. War nicht knapp. Hints 4 of 20. Ja, das wusste ich. Das wissen wir schon vorher. Weißt du, das ist das Interessante, das wissen gar nicht mal so viele. Ja. Das finde ich... Da ist der Boss. Was? Oh no! It's... Morten. Morten. So. Wer ist der coolste? Ich bin der coolste. Der guckt nach oben und hat so einen bösen Blick drauf. Ja. Weil Luigi ist voll traurig. Ja, ich versteh gar nicht warum. Oh Mario, nicht so weit weg. Oh, jetzt darf ich wieder lesen. Okay. Hallo, ich bin Strom in die Kirche und ich kann gut erzählen. Mario has discovered one of the six territories in the Gemtoa-Region. In the Gemtoa-Region. Endet Ampiris-Taz-Entiere-Region. Hasbeen-Tagen-Ober-Be-Move-Se. Quickly her to the next region. Very good, my friend. Very good. So. Kümmerst du dich um den Switch? Ja. Oh, das Lied kommt mir bekannt vor. So, dann machen wir. Oh, was ist das jetzt schon wieder? Wieso sieht das aus wie... Nein, ich denk da gar nicht erst dran. Wie ne Knackwurst. Puh. Wow, das war ja richtig zu drücken können für Münzen. Anspruchsvoll. Ja, super. Ey, das sieht doch was stylisch aus. The power of the Switch you have pushed will turn into... Your progress will also be safe. Never saw that before. Ich mach an dieser Stelle mal ganz kurz, weil der Spiel ja jetzt eh gespeichert wird. Hier grad mal auch ein Save-State mit. Habt das ja eigentlich... Ja, das war ein sehr ungünstiger Punkt, weil jetzt kann ich nichts mehr machen. Ja, bleib mal gespannt hier. Haben wir kurz ein Save-State jetzt hier gemacht. Weil wir jetzt... Ja, wann geht's weiter? Frag ich mich auch gerade. Phil, du hast das Spiel kaputt gemacht. Ich hab's gar nicht kaputt... Phil, du hast das Spiel kaputt gemacht. Wir müssen an SNDS neu starten, glaube ich. Okay, nie wieder Save-State, damit das Spiel mal klar ist. Du bist doch echt... Echt? Gut, bis gleich.